Nach unzähligen Masse-Shakes auf diesem Kanal wird es Zeit für den ultimativen Masse-Shake. Darf ich vorstellen, der Markus Rühl Masse-Shake. Stabil. Als erstes brauchst du einen Mixer. Kokosmilch. Als beste Proteinquelle. Mein All-Side-Favorite. Zwei Dosen Thunfisch. 120 Gramm zarte Haberflocken. Und immer die zarten Haberflocken. Ein ganzes Ei. Und 30 Milliliter Olivenöl. Deckel drauf und mixen. Wir haben jetzt 1500 Kalorien und 73 Gramm Proteine. Das riecht einfach nach fucking Katzenfutter. Das bedarf es. Prost. Bist du der, Bad.